Willst du dein Leben einfach so in die Tonne treten? Man bietet euch alle Chancen an. Du hast nichts Besseres zu tun, als sie wegzuwerfen. Und für was? Für was? Fällt dir dazu irgendetwas ein? Hm? Mein Gott, ich war auch mal jung. Hatte nur Mist im Kopf. Hm? Rede mit mir. Hast du mal ein Feuer, bitte? Verarschen kann ich mich selbst! Du hast mit deinen Komplizen telefoniert, dass ihr das Ding heute drehen werdet. Ich kann dir den Mitschnitt vorspielen. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Sag mal, geht's noch? Ich muss jetzt wirklich los, Papa. Zu meinen Komplizen. Sonst komme ich zu spät zum Drehen. Sag Mama, dass ich heute Abend später komme. Ich hab mich ein bisschen... Meine... Ich bin doch guckt zum Rhehen. Ich hab's hier so viel über den Kuchen. Und das ist schon mal ein. Ich hab's hier mal eine Video-Greek. Ich hab's hier in der Kuchen. Ich hab's hier in den Kuchen.